hallo freunde herzlich willkommen zu einer weiteren folge mine city hier auf meinem minecraft server so ich habe ein bisschen weiter gebaut haben inzwischen hier oben glasdach drin sehr schön finde ich das außerdem die größte überraschung überhaupt ich habe endlich mal ein texture pack gefunden also wir haben hier drin das bdpp craft soatex glaube ich wir können mal nachgucken option ressourcenpakete pure dbdcraft auf 128 x 128 für minecraft 1.15 findet ihr unter diesem link ich habe damit gestern ein bisschen gespielt ich bin mir nicht sicher ob es am texture pack ist dass es gelegentlich ruckelt oder nicht ich habe die ganze geschichte auch mit 254 runde geladen absolut katastrophe launch hat gar nicht erst mal gestattet ich habe jetzt hier noch mit 64 x 64 liegen wir gucken mal ob das so funktioniert hier mit 128 das wäre sehr schön und ich werde glücklich so außerdem wie gesagt ich habe die scheiben verändert sieht einfach ein bisschen schicker aus und ja was habe ich noch gemacht ich habe draußen mal ein bisschen hecke gebaut und jetzt müssen wir mal gucken was hier abgeht ich bin zu weit gefahren ne quatsch wir können schon hier runter weil hier habe ich auch ein bisschen weiter gebaut ich habe den tunnel hier unten noch nicht da muss ich noch aber hier ist der tunnel soweit fertig jetzt könnte ich gerade mal könnte heute den boden hier fertig machen oder wenn ich das projekt gefällt würde ich mich über einen like abo oder einen kommentar freuen am besten alles und hier habe ich meinen tractor eingebaut also ja stimmt die ist ja so gesteuert da habe ich ein traptor eingebaut damit ich ein bisschen mob sicherer bin also das heißt wenn dann wieder ein skelett oder nehmen was war denn da ein creeper ist dann wird er mich nicht einfach in die luft jagen sondern ich habe vorher die möglichkeit zu sagen okay dann lassen wir mal schnell wie ich vermute ich verplemper jetzt meinen ganzen kribbel in naja was soll es verbauten einmal ich kann einfach die trap dort zulassen und dann ist alles gut ja komm lass 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 es kommen na halt warte ich will doch weit runter so was die tage auch kommen wird ich weiß aber noch nicht wann ist ein automatisches lager ich habe mir da was angeschaut im internet und ich war erstaunt wie einfach das doch geht ja ohne witz ich habe mir gedacht wenn ich so was bauen willst du hast ja gar keine ahnung von redstone aber so wie der eine kollege lars lp das erklärt hat es ist sowas von einfach das kimmelgarten das krieg sogar ich hin da brauche ich gar kein mal nation ip muss ich echt mal sagen das kriege ich selber hin weiß zwar noch nicht wann das muss man dann noch mal gucken aber ich krieg's hin da bin ich mir absolut sicher ich werde mal gucken wann wir das hinkriegen wo kommen diese sounds her wo kommen die her ich habe die noch nie gehört die sind merkwürdig muss ich echt mal sagen wir sind ein bisschen scary so außerdem sei euch gesagt ab dem 20 januar wird auch wieder unser roleplay im farbensimulator 19 geben auch wenn der eine oder andere freut sich auch darauf da liegen schienen nicht dass die dies bauen da ist noch eine wenn die jetzt weg ist die könnte tatsächlich weg sein das war glaube ich denn schon knapp gut ja warte dann können wir auch gleich hier voll das weg bauen also ich mache jetzt hier einfach so eine art geist betreiben ist eigentlich nichts besonderes die zombiefarm übrigens die funktionierten mega ich stand hier gestern habe ein bisschen ausgebaut also die wände ausgebaut wir sehen gleich hinten was ich da noch gemacht habe weil ich nämlich ein bisschen so einen kleinen raum gestaltet und während ich da ausgebaut habe sind immer die zombies runde getroppt dann habe ich glaube ich auf einen schlag mal drei oder vier level gekriegt das hat sich gelohnt ich könnte auch einfach die schnelle spitze gehen nehmen oder wie wäre es denn mal damit ich verpeile das immer wieder ich arbeite lieber langsam ich hoffe mal dass es mit dem koppelstern reicht mit dem gravel aber ich glaube eher nicht da ist jetzt aber nicht wirklich eine schiene runtergefallen ich glaube nicht ich denke.. ich denke.. ich denke.. Alter, warum ist hier immer alles offen? Da kann man doch runterfallen, das ist doch nicht schön, immer schön sneaken, dann passiert nichts. Gut, was wir auch inzwischen haben ist natürlich unseren Folgen. Der Feuerbogen, also unser Flamebogen, der ist natürlich sehr toll, weil er uns einfach direkt das ganze Fleisch brät, wenn wir das mit den Tiere erlegen. Ich muss gucken, dass das hier auch passt, weil wir wollen ja gleich mit Gravel arbeiten. Heißt, ich muss unten drunter eine solide Fläche haben oder zumindest irgendwas haben, dass da nichts runterfallen kann. So, jetzt könnten wir eigentlich mal kurz gucken, ob da ein paar Zombies entstanden sind. Gar nichts, gar nichts, aber wirklich gar keine. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, jetzt, okay. Ja, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Tut mir leid, tschüss. Ähm, Gravel. Jetzt habe ich glaube, ich lege gleich die Schienen, weil bei den Schienen, da habe ich noch was vor, 4, 5, 6, 7, 8, so, 1, 2, ne, was mache ich denn? 3, 4, 5, 6, 7, 8, so, 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 3, 4, 5, 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 7, 8, 8, 7, 8 egal. Ich will hier nicht so lange rumlaufen, äh rumfahren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, ähm, 5. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Ach so, dann muss hier wieder so ein Redstone Torch rein. 7, 8, 8. Ja, ist ja auch gar nicht so wichtig erstmal, wenn wir hinten einfach immer wieder anfangen. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm, normale Tracks brauchen wir. 4, 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr werdet nachher sehen, 1, 2, 3, 4, 5, dass es schon deutlich schneller ist, wie wenn man einfach nur, ähm, so stupide sag ich jetzt mal, oder so alle paar Blöcke nur einen Booster-Track reinbaut, oder ne, äh, wie heißen die auf Deutsch? Antriebsschiene. Also, das werdet ihr schon merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5. Jetzt kommen wir hier leider nicht mehr um die Kurve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier muss eine normale hin. Ah, warte hier. Ähm, bum, bum. So, hier kommt dann auch schon eine normale drunter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, wir haben hier eine Aktivierungsschiene, dann da nämlich. Ja, ich werde gleich noch ein paar Schienen machen und dann machen wir eine kleine Testride. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Jetzt hast du aber gerade geleckt. Ey, ich glaube, oben sind die Pistons losgegangen. Gut, ich mache mal noch ein paar Stacks, äh, noch ein paar Aktivierungsschiene. Oder ich glaube, die mal kurz von hier. Was soll's. Äh, Netzton bricht hier aber auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt haben wir eigentlich die maximale Boost-Geschwindigkeit, mehr oder weniger. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wenn ich das Eisen ja noch geholt hab. Ich muss nämlich so langsam mal anfangen, ein bisschen auf Eisen zu achten. Ähm, weil wenn wir uns ein automatisches Sortiersystem bauen wollen, und das will ich die nächsten Tage machen mit euch zusammen. Dann brauche ich Eisen. Ja, und zwar keines, das eigentlich in die Lava fällt. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Gut, wir machen jetzt hier eine kleine Testride. Zack. Es dauert immer noch ein bisschen, ja, das ist klar. Aber, man kommt doch ziemlich gut hier an. So, relativ flott, würde ich sagen. Die Zombies wollen nicht. Das ist komisch. Naja. So. Wir werden jetzt hier außenrum, werde ich glaube ich noch... Anders Sitt wollte ich da eigentlich hinlegen. Habe ich Anders Sitt zufällig dabei? Ja, ja. Und jetzt ist Born-Digate, das war ja auch klar. Hier, poliert er Anders Sitt. Den wollte ich eigentlich da hinlegen. Ja, ich glaube das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auf jeden Fall mit dem Resource Pack sieht es ganz ordentlich aus. Genau. So. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Ja. Und, ähm. Ja. Bis morgen, ne. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.